Liebe Gemeinde, schön, dass Sie so herzlich erschienen sind an diesem Tag, zu diesem Heiligen Tag, ein nächstes Video auf diesem Kanal. Amen. Es sind schwierige Zeiten, aber auch schöne Zeiten, dieses Herz, was du für mich gemalt hast, ein Zeichen Liebe und Freundschaft, auch in diesem harten Urbexjahr. Amen. Es ist Zeit für Widerstand. Fahrt. Hallo, bitte. Ja, direkt hier. In dem ersten großen Raum, ich behaupte mal das alte Aktenarchiv, oder? Ich denke mal, hier waren die ganzen Krankenakten, mal was anderes, woanders fliegen die ganzen Krankenakten ja noch rum. Hier sind sie mehr oder weniger alle raus, aber oben habe ich mir sagen lassen, da soll auch noch das ein oder andere an Inventar stehen. Freunde, da wisst ihr Spruch schon hier in einem Krankenhaus. Schluss mit Rummeuern. Uli, hattest du heute keinen Termin irgendwie bei Dr. Uli, hättest du gesagt, du hast doch einen Termin zur Protheseneinsetzung. Ja, nächsten Monat. Der Doktor sagte, ist, ähm, ja, Lieferschwierigkeiten hier. Ja, Freunde, Zusatz, BNS, Prothese. Also, wenn uns mal das Ding abfällt, dann wissen wir... Äh, dir. Ja, in mir nicht. Noch nicht. Noch nicht. In mir auch noch nicht. Nur falls. Okay, falls. Dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir vielleicht eine kriegen können. Aber, die ist leer. Wieder ein Räumchen weiter sind wir hier in der Bettenzentrale, im Bettenlager. Und, Freunde, diesmal wirklich, jeder Urbexer sagt, ach, riecht hier nach Tod, nach hier, nach... Aber hier riecht wirklich noch ein bisschen nach Krankenhaus, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, im Keller des Öfteren üblich, ähm, ja, die Pathologie, die Leichenaufbewahrung, hier halt die Kühlung und, ähm, ja, ja, gibt's bestimmt auch noch einen Leichentisch. Ja, ich weiß. Ja, wie gesagt, gerade die Leisenkühlung ist hier die Pathologie. Ja, Freunde, und hier einer der zig OP-Säle, ich würde behaupten einer der modernsten oder letzten Seele hier, da sieht man richtig schnieker aus. Ja, wie gesagt, die Leisenkühlung ist hier. Alter, ist das krank. Ja, jetzt befinden wir uns hier gerade auf Intensiv. Was kommt denn hier dazu? Ja, ein bisschen Alarm, ne? Ja, so. Werbex-intensiv, ne? Werbex-intensiv. 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 Ne, Freunde, Strom weht hier noch, der Alarm piept hier. Dann haben wir hier die Sauerstoff, Behälter, Ausgleich, ihr wisst, was ich meine. Ja, wie man es halt so kennt, so eine Intensivstation. Okay, das ist eigentlich nicht mehr. Aber jetzt sieht man halt noch, wo dann die Betten, die an den Gerätschaften vernetzt waren. Und ja, noch ein recht guter Zustand. Gehen wir mal weiter. Benni, glaubst du, die Tür ist kaputt? Wie aber auf Scheibe zu mir ist, ne? Meinst du, wir müssen unten durch? Ja, jetzt sind wir hier in so einem harmlosen Teil, behaupte ich mal. Ich denke mal, hier haben dann die Menschen, denen es nicht ganz so schlecht ging, gelegen. Und ja, so kleine Aufenthaltsräume, Büros hier, der Schichtleiter der Schwestern, der männlichen Schwestern. Kann ich Ihnen helfen? Ja? Sind Sie eine männliche Schwester? Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne was Spannendes nehmen. Aber Mund bitte ganz weit auf. A. B. Frau Giuliano Tamasch. Hier bitte. Sieht nicht so gut aus. Ja. Also mit Inliner fahren. E-Scooter? Inliner nicht mehr, E-Scooter ist in Ordnung. Okay. Aber mit Schutzhelm und voller Montur. Ja. Bis dahin, wir sehen uns im halben Jahr wieder. Dann gucken wir nochmal, ob alles wieder so zu Ende gewachsen ist, wie es sein sollte und wo es hingehört. Okay. Danke. Ja, Freunde. Jetzt haben wir hier die Röhre gefunden, den CT. Das war ja unglaublich, was alles zurückgelassen wird. Ja, ich weiß, die Dinger sind auch nach einem Jahr schon alt. Aber ich denke, es gibt genug Krankenhäuser oder auch Krankenhäuser in ärmeren Ländern. Afrika oder auch sonst wo, die so ein Teil eigentlich, nicht eigentlich, definitiv gut gebrauchen können. Ja. 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 Jetzt haben wir hier den Bereich Röntgen. So eine trage, wie wir elektronische Verschiebungsplatzikante Halle, jeder der schon mal geröntgt worden ist. Hier hinten so ein Abstell zwischen dem Computer. Ja, jetzt hier wieder ein paar Meter weiter, haben wir immer noch den Röntgenbereich und ja, ein klein bisschen haben wir hier auch noch ein Inventar. Hier, ganz viele Haushaltsgeräte und hier vorne die normale Küche eigentlich nicht. Wir sind hier beim Röntgen, aber dann diese Spülmaschinen, die sehen schon speziell aus. Ich denke mal, da drin wurden irgendwelches Arbeitsbesteck, natürlich schon medizinisches Besteck drin gewaschen. Ja, und hier so ein älter Röntgenraum, hat wieder so ein ganz eigenes Scham. Ja, Freunde, jetzt befinde ich mich hier fast ganz oben, kurz gesagt auf oder in der sechsten Etage. Und, naja, aufs Dach kommt man leider nicht mehr. Dafür, ja, zeige ich euch hier noch so ein paar Kleinigkeiten. Zentrale Gelegen hier jetzt, die sieht man auch noch mal auf. Sechste Obergeschoss. Ja, ganze sechs Etagen. Unten, habe ich aber gerade mir was sagen lassen, soll es auch noch ein Schwimmbad geben. Dann werden wir jetzt gleich auch mal gucken. Na, könnt ihr mal hier aus dem Fenster gucken. Da sieht man schon, dass man hier schon, ja, recht weit oben ist. Ja, immer wieder richtig geiles Wetter. Das beste Wetter zum Örwechsel. Ja, vielleicht nicht so wegen den Nachbarn hier aufmerksam gucken, dabei Regenwetter besser. Aber, wenn das Wetter stimmt, dann macht der Werbex noch Spaß. Wo hast du denn? Irgendwo haben wir gerade so eine Bradewanne gehabt. Ah, hier. Freunde, wir haben gerade die Treppenhäuser hier hoch und runter, hoch und runter. Alles sieht ja gleich aus. Die Tür, wo wir eigentlich gerade reingekommen sind, die ist wieder zu. Die sind wir jetzt doch falsch. Jetzt würde ich sagen... Doch, wir sind doch hier hoch, ne? Ja. Oder? Guck mal, die ist auch zu. Wir sind von der anderen Seite. Hey. Wo ist das? Du? Nicht sitzen hier. Du sitzen hier. Wo? Wo? Sitzen Stuhl, nicht Tisch. Tisch, keine Popo. No, no. Kein Tisch, keine Popo auf Tisch. Ja, jetzt befinden wir uns hier in der Zentrale des Krankenhauses. Ja, da quietschern die Tiere. Und wie gesagt, wir haben hier ja die ganze Beleuchte. Ich vermute sogar, wir können hier noch alles einschalten. Das ist noch eine gute Idee. Alle Betten, Maus, Strahler. Dann lassen wir mal lieber die Finger davon. Bitteschön. Sie sind da für die Nasen-OP. Wann bin ich denn jetzt mal dran hier? Hallo, wie lange soll ich noch warten? Geh, ich hab einen Termin heute. Haben Sie das Formular B36 mit? Habe ich schon alles per E-Mail geschickt. Ich will jetzt zum Doktor. Ähm, wie sehen unsere PCs gerade aus? Ist mir egal. Mein Pullermann tut weh. Ja, ich verstehe das, wenn der Pullermann weh tut. Dann drückt er. Aber dann müssen sie mal zu Hause dann leider den B36 ausdrucken und vorbeibringen. Jalla, jalla, komm. So, Olli, ne? Du weißt ja, da wo du reinkommst, musst du doch wieder raus. Also, los. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, den Kopf zuerst? Nee, ich glaube erst mit dem Bein. Ja, hast du es doch geschafft, ey. Ja, war geil, ne? Hat sich gelohnt, oder? Definitiv. Musst du ja auch noch mal gucken, wenn du willst. So, Freunde, nicht ganz so spektakulär. Dafür sind wir jetzt dreimal hin und her geeiert. Aber dafür können wir sagen, wir waren hier drin, oder? Ja. Aber du bist nicht vom Becken abgesprungen jetzt, oder? Nee. Aber weißt du den Körper machen? Nee, genau. Auf dir drauf, ja. Ja, Freunde, mit diesem leeren Becken verabschiede ich mich. Verabschieden wir uns aus diesem Video. Wir hoffen, noch ein bisschen Spaß habt ihr dabei gehabt. Wir auf jeden Fall, wie gewohnt. Schreibt mal einen Kommentar, gebt mal das Däumchen. Und falls noch nicht abonniert, natürlich den Kanal abonnieren. Was? Liken? Liken. 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 Liken.